Jede Woche kühlen wir eine Frau, die uns inspiriert. Unsere heutige Weekly Heroin ist Lina Larissa Strahl, kurz auch Lina genannt. Sie ist Sängerin und Schauspielerin und ist besonders bekannt durch ihre Hauptrolle im Film Bibi und Tina, in dem sie die singende Hexe Bibi Blocksberg spielt. Bibi Blocksberg ist wohl die bekannteste Hexe in Deutschland und eine Ikone für viele junge Mädchen. Jedoch galt das Wort Hexe im 12. Jahrhundert als sehr problematisch, da Hexen früher verbrannt wurden. Da sprechen wir heute mit Lina darüber, ob es problematisch ist, Hexen zu heroisieren. Hallo Lina. Hallo. Was hat Bibi Blocksberg deiner Meinung nach jungen Mädchen beibringen können? Also zum Beispiel gesellschaftlich oder politisch? Oha. Also ich bin ja mit den Hörspielen auch aufgewachsen. Und ich fand einfach an der Figur immer toll, dass sie nicht aufgegeben hat, sie ihre Ziele verfolgt hat und sie Leuten helfen wollte. Ich finde, das war immer so etwas, was genau diese Zeichentrickfigur oder Hörspielfigur ausgemacht hat, was einen so als kleines Mädchen vielleicht auch ein bisschen hat träumen lassen. Und Bibi ist ja eine Hexe und sie braut Tränke und sie heißt sogar Blocksberg mit Nachnamen. Und böse Hexen haben ja auch lange Nasen und Wartzen auf der Nase. Schön. Und die guten Hexen wie Bibi und Barbara sind ja hübsch. Bibi Blocksberg rezipiert somit also sehr viele alte Klischees und Frauenfeindliches. Also denkst du selber, dass Bibi Blocksberg noch zeitgemäß ist? Ehrlich gesagt habe ich das noch nie so gesehen. Also ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, weil ich das tatsächlich einfach als Kind gehört habe. Wie war das denn damals mit Rabia in den älteren Filmen auch? Ich glaube, dafür weiß ich auch viel zu wenig über Historie, was Hexen betrifft, um das gut beantworten zu können. Aber natürlich, wenn da irgendwas nicht mehr zeitgemäß ist oder antifeministisch oder was auch immer sexistisch, dann ist es natürlich obviously nicht cool. Das stimmt. Und ich glaube, was unsere Filme betrifft, zumindest, da wurde aber schon ganz gut drauf geachtet. Natürlich basieren auch unsere Filme auf einem Zeichentrick oder auf einer Hörspielreihe, die, wenn dem so ist, wie du das da gerade sagst, dann sind da natürlich auch gewisse Dinge nicht cool. Aber was unsere Sachen betrifft, ich glaube zum Beispiel, dass Bibi und Barbara, gut, sie sehen so aus, wie sie aussehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie im Zeichentrick aussahen. Ehrlich gesagt, ich verbinde das jetzt irgendwie immer mit mir. Aber was uns als gute Hexen quasi darstellt, ist ja das, was wir machen. Und dass wir eben keine schwarze Magie, wenn das jetzt, gut, das hat man, glaube ich, in Hexensachen eh nicht, aber dass wir halt keine bösen Tränke mixen und nichts Böses hexen etc., dass man das nicht tut und dass wir deshalb irgendwie gutmütig sind etc. und nicht auf das Aussehen bezogen. Aber klar, tatsächlich, wenn man es so sieht, war natürlich geschichtlich, ist das ein bisschen schwierig, dass da eventuell meist eher ausgestoßene Frauen, würde ich sagen, wegen des Aussehens gegebenenfalls auch oder wegen der roten Haare sogar verbannt worden sind. Das geht natürlich nicht. Also würdest du, hast du selbst das nicht so wahrgenommen quasi? Ich habe da honestly wirklich noch nie drüber nachgedacht. Also ich finde es natürlich selber, wir haben auch The Crucible und so in der Schule durchgenommen und darüber geredet. Und natürlich ist der Hexenverbrennung etc. alles mega grausam und gar nicht cool. Und das war mir auch schon immer klar oder das ist ja auch einfach klar, dass sowas einfach überhaupt nicht geht und dass da die Geschichte dahingehend, wie gesagt, sehr grausam ist, was in sehr vielen Hinsichten, in sehr vielen Themenbereichen immer schwierig ist und immer grausam ist. Und mit Bibi Blocksberg habe ich das allerdings wirklich nie assoziiert. Ich habe immer gedacht, ja, das ist einfach die kleine Hexe Bibi, die gute Sachen zaubert und hext, honestly. Und für mich war immer die böse Hexe einfach Rabia. Ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnern kann aus den noch älteren Bibi Blocksberg-Filmen, die noch mit Sidonie van Kruse, glaube ich, hieß sie, gefilmt worden sind. Genau. Und du stehst ja für Female Empowerment in der Schauspielerei und im Film. Welche Erfahrungen hast du gemacht, die du anderen Frauen lieber ersparen würdest? Ui, also ich meine, es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass, glaube ich, einfach, also das Thema kriegt ja schon super, super viel Awareness, auch über MeToo, würde ich sagen, und über generell diese ganze Bewegung, die dahin geht, dass wir uns einfach supporten untereinander und dass viele Sachen auch einfach nicht mehr gehen und was so die Gleichstellung betrifft, was gleiche Gehälter betrifft etc., da werden ja auch ein paar Schritte gemacht und auch schon wichtige Schritte gemacht und es wird viel, viel mehr kommuniziert und ich glaube, auch wenn es Probleme gibt, wird das untereinander, zumindest unter uns Frauen, sage ich mal, mehr angesprochen und sich beigestanden. Das finde ich mega cool und ich muss auch sagen, dass ich bisher ganz, ganz viele schöne Erfahrungen hatte, was das Team zum Beispiel bei Bibi und Tina auch betraf oder auch jetzt das Team bei meinem neuen Kinofilm, Alle für Ella, war ein mega cooles Team und wenn es Schwierigkeiten gab, muss man die ansprechen und wurden sie auch angesprochen und ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist, dass man, auf mich bezogen einfach, das, was ich erfahre, ist, dass ich das Gefühl habe, man wird manchmal einfach als junge Frau nicht ernst genommen, also, dass man uns irgendwie gefühlt behandelt, als wären wir halt auch 14 oder und auch selbst, wenn du dann erst 14 bist, sollte man dich aber auf Augenhöhe behandeln etc. Das fand ich in meinen früheren Projekten irgendwie ganz toll, dass ich da irgendwie schon immer mit einem gewissen Respekt behandelt worden bin etc. Und jetzt bei dem Alle für Ella-Film auch, aber natürlich kommt es manchmal einfach vor, dass man das Gefühl hat, okay, hier wird gerade meine Meinung übergangen, hier wird nicht genug auf das geachtet, was ich möchte, was ich gesagt habe und das sollte aber irgendwie bitte anders sein, weil ich sollte eigentlich das gleiche Standing haben, wie sonst jemand, ich finde, das kann sich bestimmt an vielen Stellen noch mehr verbessern und ansonsten, finde ich, sollten da auf jeden Fall die Women reden, die da auch die gewissen Erfahrungen gemacht haben oder man sollte denen den Space geben, genau. Also hast du jetzt im Prinzip ja keine direkte Erfahrung gemacht, die jetzt dich so krass geprägt hat, also negative Erfahrungen? Ich würde sagen, immer wieder Kleinigkeiten, wo man immer wieder merkt oder dann zu Hause sitzt und sich denkt, Mist, das hätte ich nicht so auf mir sitzen lassen sollen, finde ich nicht cool, dass man da irgendwie so runter, ja, dass irgendwas runtergespielt wird, sei es irgendwie, man hat gewisse Gefühle und fühlt sich schlecht und dann wird gesagt, ja, aber jetzt, keine Ahnung, stell dich mal nicht so an oder mach halt einfach oder was auch immer. Das finde ich nicht cool, das sollte definitiv nichts passieren. Es gibt bestimmt auch ein paar Momente, die ich jetzt hier nennen könnte, will ich aber auch nochmal drüber nachdenken, ob ich das mache und genau, habe ich jetzt auf jeden Fall nicht so direkt auf der Hand. Ich würde sagen, immer wieder einfach kleinere Momente, wo ich so merke, ey, da würde es mir vielleicht, traurigerweise wäre mir das als Mann, als männliche Person nicht passiert. Oder hier und da wäre ich ernster genommen worden, wäre meine Stimme mehr gehört worden, etc. Gleichzeitig finde ich es aber toll, was ich irgendwie mit meiner Reichweite erreichen kann und wie ich so mein Fandom und meine FollowerInnen unterstützen kann. Und es ist ja trotzdem so, dass Frauen häufig weniger verdienen bei der Schauspielerei als Männer. Beispielsweise verdiente Jennifer Lawrence im Don't Look Up fünf Millionen weniger als Leonardo DiCaprio. Und außerdem haben Frauen ja meistens auch weniger Sprechanteil und sind sehr viel häufiger nackt im Film zu sehen, weil das eben einfach das Drehbuch so vorschreibt. Ist dir das in deiner Karriere bis jetzt ebenfalls schon aufgefallen? Auch wieder schwierig zu sagen für mich natürlich, weil ich jetzt jedes Mal die Hauptrolle hatte, deswegen glaube ich, ich hatte auch am meisten Sätze. Dass Jennifer Lawrence dann weniger bekommt als Leonardo ist einfach nur peinlich. Also ich finde, sowas geht halt einfach gar nicht. Und sowas ist sicherlich in meinen Projekten auch schon irgendwie vorgekommen. Und ich finde auch generell irgendwie diese Sache von Filmen mit männlichen Hauptdarstellern funktionieren besser als mit weiblichen etc. Ich finde es so, das ist so zurück. Also das versetzt einen so zurück in so eine Zeit, wo man sich so denkt, nee. Also ich finde es überhaupt nicht. Ich finde es total toll, wenn es weibliche starke Hauptrollen sind oder auch schwächere Hauptrollen vielleicht, die irgendwie zu struggeln haben etc. Ich meine, Ella zum Beispiel in den neuen Filmen ist ja auch natürlich eine starke Frau und sie hat ganz, ganz viel Mut und geht ihren Träumen nach etc. Aber gleichzeitig ist sie super verletzlich. Und ich finde es super, super spannend. Und ich liebe es auch, dass der neue Film jetzt so von dieser Mädels-Gang quasi eingenommen wird und dass es ganz, ganz viel darum geht, um dieses Girls-Support-Girls-Thema. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ich liebe Filme mit weiblichen Hauptrollen. Ich habe zum Beispiel auch Never Have I Ever auf Netflix jetzt für mich irgendwie neu entdeckt. Ich finde so ein paar neue Disney-Sachen total cool oder Marvel-Sachen total cool mit... Wie heißt das? Oder war das vielleicht DC? Oh mein Gott, nicht, dass ich jetzt was Falsches gesagt habe. Egal. Aber da wurde gerade eine neue Serie verfilmt. Bei Hawkeye zum Beispiel spielt Haley Steinfeld auch die Hauptrolle. Das finde ich auch mega cool. Da wäre ich auch mal gespannt, wie das bezahlt worden ist etc. Oder die Filme mit Sophie Turner in den... Genau. In dem... Wie heißt das jetzt? In den Marvel-Filmungen. Finde ich auch mega, mega cool. Oder auch bei so großen Sachen wie Game of Thrones, wenn wir alle ehrlich sind. Ich meine, klar, Jon Snow lieben irgendwie alle. Aber mindestens genauso finden alle Sansa mega cool oder Cersei mega cool. Khaleesi. Also es ist... Ich liebe... Ich hasse es, wenn man das so abtut. Als müsste es irgendwie immer... Keine Ahnung... Irgendeine starke männliche Hauptrolle geben, damit das Projekt funktioniert. Das finde ich nicht cool und ich finde, da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten. Dass es mindestens auf gleicher Augenhöhe ist natürlich. Auf jeden Fall. Und das war auch ein gutes Stichwort. Weil wie sieht die Zukunft der Schauspielbranche aus, wenn du sie malen könntest? Gleichberechtigt einfach. Ich finde das ja auch immer schade, wenn es beim Feminismus irgendwie so stimmlaut werden, weil es irgendwie immer heißt, ja, ihr wollt uns unterdrücken oder unterbuttern oder was auch immer. Darum geht es ja im Kern nicht. Es geht ja im Kern darum, dass einfach eine Gleichberechtigung da ist, die an vielen Stellen eben noch nicht da ist. Und da muss halt eben ganz oft noch darauf aufmerksam gemacht werden, wie auch in ganz vielen anderen Themenbereichen. Und meine Wunschvorstellung der Schauspielbranche ist eben diese Gleichberechtigung und auch eine Diversität, die sich komplett durchzieht und die nicht irgendwie, ja, mal eben hier und da besetzt wird, sondern dass da wirklich darauf geachtet wird und dass das einfach zur Normalität wird. Dass man die Gesellschaft so zeigt, wie sie wirklich ist und nicht so, wie man denkt, wie es am meisten Zuschauer anzieht. So, das finde ich nicht cool. Und deutlich umweltfreundlicher könnte die Filmbranche sein. Also, wenn man sich die PET-Flaschen am Set anguckt und dann generell den ganzen Plastikverbrauch, dann kriegt man wirklich die Krise und geht wirklich nach Hause und denkt sich, oh mein Gott. Da, finde ich, müsste ganz, 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 ganz viel gearbeitet werden. Und das natürlich, kann ich jetzt sagen, so viel ich will, aber muss einfach auch von höheren Positionen auskommen und auch unterstützt werden von Gott weiß wem, I don't know. Aber zum Beispiel auch, dass vielleicht deutlich mehr veganes, vegetarisches Essen am Set existiert und eben vielleicht mal einen Fleischtag mit Fleischoptionen, aber durchweg eher vegetarisch mit optionalen Fleischgerichten hier und da. Das wäre mir noch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen auf jeden Fall, ja. Aber wahrscheinlich ist das auch, dass das häufig unter den Tisch gekehrt wird, weil zum Beispiel umweltfreundlicher, das finde ich echt krass, das hätte ich nicht gedacht. Doch, also ja, ich glaube, dass das halt, es gibt einfach sehr viele Themen, die da gerade bearbeitet werden müssen, zu Recht. Und die Themen, die ich gerade genannt habe, sind natürlich auch irgendwie die wichtigsten. Und es ist so schwierig, weil wo fängt man da an quasi? Und gerade das Umweltfreundliche ist vielleicht auch etwas, was dann direkt wieder unter den Tisch fällt, weil es irgendwie halt nach außen hin ein bisschen egaler ist vielleicht. Aber ich meine, man überlegt sich mal so eine Riesenproduktion mit irgendwie 50 bis 80 Leuten jeden Tag, was da ein Verbrauch ist. Und das muss man sich einfach bewusst sein und dann daran arbeiten. Als Produktion, als Team, als SchauspielerInnen zu sagen, ich möchte das unter den und den Voraussetzungen etc. Das ist auf jeden Fall, das stimmt. Du bist aber ja auch sehr stark unterwegs in der Musikbranche. Und was sind da deine Erfahrungen mit Female Empowerment? Es ist in beiden Berufen, es ist natürlich immer, ist Konkurrenz sehr, sehr, sehr doll. Gerade natürlich beim Schauspiel, wenn du irgendwie zu einem Casting gehst und du siehst irgendwie sechs andere Leute, die für deine Rolle gecastet werden und man denkt sich so, ha, ich will das ja aber eigentlich haben. Da sollte man sich aber trotzdem einfach in beiden Businessen immer auch für die andere Person freuen und das unterstützen, das finde ich total wichtig. Auch in der Musikbranche, wo es ja ebenfalls viel um Leistung einfach geht und um Konkurrenz und auch so gedacht wird hier und da. Und da wische ich mich auch selber bei, dass ich da nicht frei von bin, dass ich mich frage, hey, warum funktioniert das jetzt bei der, aber bei mir nicht zum Beispiel oder bei ihm und bei mir nicht, etc. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man mit sich selber ausmachen muss, dass man aus diesen Vergleichen rauskommen muss und sich einfach füreinander freut und sich das auch immer wieder auf einen Post-it schreibt und an den Spiegel klebt und sagt, hey, support each other. Natürlich kann man traurig sein, wenn es irgendwie bei einem vielleicht schlechter läuft als bei dem anderen oder bei einer anderen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man darf ja auch so fühlen, nur es darf dabei auf jeden Fall nicht untergehen, dass gerade jetzt, wenn wir darüber sprechen, natürlich irgendwie Girls Support Girls oder Female Empowerment, dass das einfach mega wichtig ist und ich das total cool finde, wenn sowas passiert. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor ein paar Tagen einen Fotoshoot, einen ganz wichtigen Fotoshoot und es waren alles Women on Set. Und ich habe mich so im Raum umgeguckt und ich war so, wow, how different is this und was für eine andere Stimmung das auch war irgendwie, dass kein, sorry an alle Typen, aber keiner dabei war. Wir waren alle so, wow, voll locker und leicht. Irgendwie war es einfach so, es ist ein ganz anderer Vibe und das kennt man ja eigentlich gefühlt gar nicht. Und ich freue mich einfach, wenn man da sich gegenseitig unterstützen kann und möchte. Auf jeden Fall. Und findest du, dass Frauen in der Musikbranche oft sexualisiert werden? Definitely. Auch im Film, hattest du ja eben gerade auch gesagt. Aber klar, mich regt es auch in ganz vielen amerikanischen Projekten auf, wo man sich so fragt, okay, warum genau muss dieses und jenes Dinner jetzt in einem Stripclub stattfinden oder in einer Bar, wo irgendwie Mädels halbnackt tanzen? Versteht man überhaupt nicht, ist einfach nur da fürs Bild, was auch schon irgendwie wieder eklig ist, weil wirklich die Frauen dort einfach nur sexualisiert dargestellt werden oder dafür da gecastet werden etc. Passiert sicherlich in deutschen Produktionen auch ein bisschen weniger, weil das mit dem Stripclub nicht so kommen ist, aber passiert halt, finde ich, in amerikanischen Filmen sehr oft und in deutschen Produktionen definitiv auch, dass die Frau dann irgendwie noch im Bikini durchs Bild laufen muss oder im BH. Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber ich erwische mich doch immer wieder. Dass ich mich darüber aufrege und im Film, äh, sorry, in der Musik eben auch. Es ist der Künstlerin jedes Mal ihre Entscheidung hoffentlich und wenn man das möchte, ist das ja auch völlig okay, wenn man einfach mehr Haut zeigen will. Go for it. I love it. Ähm, es sollte nur eben nicht so, es sollte nicht so das Ding sein. Wir sollten einfach das Gleiche, wenn Typen oberkörperfrei rumlaufen, no one cares and it's totally fine. Und wenn wir das dann machen oder im Bikini-Oberteil rumlaufen oder wie auch immer ein bisschen mehr sexy gekleidet sind, dann ist es wieder direkt so, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Und man denkt sich so, ja, nee, und, warum? Lass sie doch. Also so ist doch ihr Ding, was sie macht. Ähm, genau, das finde ich ganz wichtig, was mich persönlich auch immer mega aufregt, kannst du auch mal drauf achten, ähm, dass zum Beispiel egal, was man guckt, Deutsch, Englisch, Französisch, UK, who cares, wenn es eine Dinner-Situation ist oder eine Lunch-Situation, die Frau isst immer den Salat. Es ist wirklich seltenst, dass eine Frau irgendwie das mächtigere Essen isst. Das finde ich so schwachsinnig. Also, nee, das ist einfach nicht die Realität und sollte es auch nicht sein. Und es ist wirklich schon fast lustig, leider, so traurig es auch ist. Aber deswegen bei Ella haben wir auch die ganze Zeit uns die Süßigkeiten reingestopft, wie so wilde Teenies waren wir auch in dem Film. Hat auch richtig Bock gemacht und es war allen ein bisschen schlecht danach, aber finde ich cool, wenn das nicht so klischeebehaftet wäre, was soll das? Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch dann oft nicht die Realität. Eben. Und hattest du selber in der Musikbranche schon mal so eine Situation, wo du dich irgendwie unwohl gefühlt hast oder sexualisiert wurdest im schlimmsten Fall so? Oh Gott. Ich war natürlich, als ich angefangen habe, auch einfach sehr jung. Ich muss auch ehrlich zugeben, aus dieser ganzen Anfangszeit, aus diesen ganzen Jahren am Anfang, das ist alles sehr, sehr blurry bei mir, weil das sehr viel war. Sehr viel auf einmal, sehr aufregend, sehr anstrengend und ich kann manche Dinge gar nicht mehr richtig festmachen. Und letztens habe ich zum Beispiel auch mit meinem Dad über so ein paar Sachen geredet, über so ein paar Erlebnisse vom Dreh jetzt auch oder von den ersten Alben und ich war so echt krass, dass das passiert. Ich erinnere mich nicht mehr. Das finde ich total krass. Aber klar, wenn du irgendwie so als junges Mädchen an so einem Tisch sitzt mit lauter Kerlen, die dir irgendwie sagen, wie es zu laufen hat, da mal zu lernen, zu sagen, nö, ich will das nicht, ich möchte hier Zeit für mich, nein, ich möchte das anders. Das hat mich sehr viel Zeit und Kraft gekostet, das zu lernen, dass ich das sagen kann. Da bin ich momentan auch relativ stolz auf mich, dass ich das besser jetzt im Griff habe, zu sagen, wo der Haar so lang läuft quasi. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass ich momentan wirklich einfach ein totales Female Team habe. Also ich habe auch immer noch coole Boys am Start im Team und natürlich auch im Label, aber trotzdem ist das tatsächlich, was mein Team jetzt gerade betrifft, sehr viel Female und auch sehr viel Empowerment untereinander. I love it. Und klar, es gab schon mehrere Situationen, wo man irgendwie Leute kennenlernt und die so sagt, ja, wenn du das machst, dann, also jetzt nicht unbedingt was Sexuelles, aber wenn du, keine Ahnung, wenn wir das und das arbeiten oder wenn der Song so und so ist oder wenn du hier und mit dem und dem arbeitest, dann wird es groß oder was auch immer. Aber ich habe auch tatsächlich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die einfach super lieb sind. Aber man muss immer, würde ich sagen, als junge Frau vor allem auch darauf aufpassen, dass es eben nicht so ist, so, ja, Schätzelein, komm jetzt mal mit. Ich mache dich mal groß. Ich zeige dir, zeige dir, wo es lang geht, etc. Ach, nee. Ja. Auf jeden Fall. Und vielleicht noch zum Abschluss, hast du was, was du in dieser Zeit bis jetzt gelernt hast, was du den Menschen da draußen gerne mitgeben würdest? Hört auf euer Herz und vertraut euch selber auch, was euer Bauchgefühl sagt. Mein Bauchgefühl tendenziell ist sehr verwirrt. Also, ich kann mich da oft nicht so ganz drauf verlassen. Deswegen frage ich dann immer so die nächsten Personen um mich rum, was die jetzt genau denken. Aber, dass man sich selbst nicht, nicht verlieren sollte. Also, jetzt nicht in meinem Beruf, aber auch, glaube ich, das kommt auf, trifft auf sehr, sehr viele Leben zu, dass man irgendwie auch gerade mit Social Media immer hört, dies und das ist wichtig. guck dir den und die an, so soll es laufen. Wenn es nicht so läuft, dann hast du verkackt oder so, dann ist es nicht genug, etc. Sich da so ein bisschen auf sich zu besinnen und das zu machen, was einen glücklich macht und woran man Spaß hat und dass Leistung nicht immer alles ist. Ich glaube, das ist irgendwie was, was ich gerade versuche, mir selber auch beizubringen und was ich gerne auch den Leuten da draußen erzählen würde, weil es total wichtig ist, sich selber nicht zu verlieren in dieser Leistungsgesellschaft und in diesem ganzen Vergleichen, Social Media Kram, etc. Ja. Vielen Dank, Lina. Gerne. Es war sehr schön, dass du da warst. Das freut mich. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und wenn ihr noch mehr spannende Interviews sehen wollt, dann schaut gerne bei unseren anderen Videos vorbei. Viel Spaß. Vielen Dank.